Ja, Cash machen auf der Straße. Ja, wie machst du das? Was machst du da? Ja, alles halt. Ja, sag doch mal konkret. Was? Nein, erzähl lieber nicht so viel. Ja, was konkret? Wie machst du das? Ziehst du die Leute ab oder was? Was? Ja, ich weiß, dass ich eine Brille trage. Ich weiß. Ja, und? Ist ziemlich groß. Ja, und? Kann ich mit leben? Ein paar Opfers geschlagen. Ein paar was? Ja, ein paar Deutschen. Ich bin Chef. Was bist du? Ich bin Chef. 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 GIMME A FATI Also, zuerst mal guten Abend, Jörg Schammler, auf Türkisch mal. Es betrifft mich natürlich sehr wenig, weil dadurch ich 40 Jahre hier lebe und sehr viel im Ausland gelebt habe, möchte ich einfach nur eins sagen. Seit ich fünf Jahre in Istanbul arbeite und jede zehn Tage hin und her fliege, ist mir eins aufgefallen. Die Türken in der Türkei leben, sind nicht die gleichen Türken, die hier in Österreich leben. Das heißt nicht Österreich, es kann ganz Europa sein. Das ist mir aufgefallen. Also, ich habe es selber auch nicht richtig gewusst, weil wir Türken alle gehen einmal im Jahr in Urlaub und sehen einfach das Dorf und Familie. Und fliegen wieder zurück. Jetzt, dadurch ich da die fünf Jahre richtig Türkei gesehen habe, die Türkei ist sehr modern. Alle studieren, ziehen sich sehr schön an, sind offener, haben fast alle kein Kopftuch und, und, und. Leider sind die erste Generation vor 40 Jahren, das gilt auch für meine Eltern, sind beide gestorben, leider. Die kommen und arbeiten und sind anders zurückgegangen. Das heißt, wir haben ein falsches Bild von den Türken. Das heißt, wir haben ein falsches Bild von der Türkei. Das heißt, wir haben ein falsches Bild von den Türkei auf, wie ich ein falsches Bildschirm ausfahend verns multicultural Mobile. Das heißt, wir haben ein falsches Bild von der Türkei, wie es das Figurien hat. Untertitelung des ZDF, 2020